Also ich glaube nach wie vor, dass diese 15 Monate Telenovela für mich ganz, ganz bedeutend waren. Sowohl beruflich, was meine Erfahrungen anging, vor der Kamera zu stehen, als auch privat, als auch von der Arbeit mit den Kollegen, von Menschen, die ich dort kennengelernt habe. Das war eine unglaublich prägende Zeit und eine sehr, sehr schöne Zeit. Und die war wahnsinnig anstrengend. Das habe ich aber erst gemerkt, als ich da aufgehört habe, weil man da wirklich 15 Stunden am Tag arbeitet. Aber das ist mir einfach sehr präsent. Das war jetzt auch eine unglaublich intensive Zeit, weil ich glaube, das liegt auch mit daran. Untertitelung des ZDF für funk, 2017